So, es war mal wieder Zeit für die Kleinen etwas Neues in den Käfig zu machen. Ich hatte den Käfig vorhin schon sauber gemacht. Das heißt, es war eh alles neu. Ich habe mir erst mal so Füllmaterial aus Kartons genommen und in den Käfig gelegt. Dann habe ich noch ein Häuschen zur Seite gestellt, damit es passt. Nach ein paar Sekunden sind sie auch schon im Bild drin rumgewuselt.